R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Ich wiederhole, R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Ich wiederhole, R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Gleis 4, Einfahrt R.B. 91 nach Riedrichshafen, Abfahrt 10 Uhr 6, heute von Leis 2. Gleis 2, Einfahrt R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Gleis 2, Einfahrt R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Gleis 2, Einfahrt R.B. 93 nach Lindau Insel über Langenagen, Abfahrt 11 Uhr 7, heute von Leis 2. Gleis 3, heute von Leis 4, heute von Leis 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020